11 Follower zusammenkriegt, damit sie ihre Grenze da erreicht. Mann, rein, Lutzend, du Sack! Lass mich in Ruhe! Normalerweise möchte ich dich jetzt... Oh, Mann! Du sch... Ibis, ich hoffe, dich überrummig. Scheißkerl, du! Es fährt sich aber nicht angenehm, das sag ich jetzt schon. Oh, Ibis fährt ja wieder. Jetzt seh ich ihn auch. Töte der jetzt! Aber Michi schließt sich auch nicht hin. Das mach ich selbst. Töte sich selbst! Töte sich selbst! Scheiße! Da fährt so'n scheiß Bus falsch rum! Alter! Alter Schwede! Wo kam der denn bitte her? Da fährt eventuell noch ein Bus falsch rum. Alter, jetzt bin ich... Jetzt bin ich auch noch... Ja, jetzt bin ich fast tot. Diese blöden Wichser da. Diese blöden Wichser... Da hab ich damals aber nicht dringedacht. Ah! Lutzen! Alter! Also ich... Rein, Lutzen! Rein, Lutzen! Das hat's wieder getan! Also zum drüberfahren. Ja, das stimmt natürlich. Ja, da hab ich damals aber nicht dringedacht. Ah! Lutzen! Ich hatte so was krasses wie... ... als die Monster Trucks nicht. Schöne Grüße aus Schweden finde ich auch gut. Schweden? Alter Schweden! Aus Schweden kommt mein Wort wahr. Der hat noch einen S hinten draufgelegt. Ja, guck, jetzt wartet er. Jetzt will er. Jetzt will er dich. Er will, dass du nicht mehr ins Ziel kommst. Hab ich so das Gefühl. Heinz! Nein! Nein! Oh nein! Ich bin nicht mehr ins Ziel gekommen! Boah, ist das... Punkte holen. Oh fuck, den hätte ich haben können. Ja. Aber du wärst mitgestorben, glaube ich. Den! Den! Jawoll! Den haben wir genommen! Jawoll, jawoll, jawoll! Und uns gesehen hat, quasi. Ui! Ähm... Oh! Darf ich kurz? Ja, Mann! Ich wurde jetzt hier 25 Meter vom Ziel überholt. Von so einem Scheiß-Schweine-Priester-Xape. Mann! Viereinhalb Runden! Oder vier, drei Viertel oder noch mehr Runden. Häng ich vorne. Und dann kommt so ein blöder Hurensohn von vorne, fährt falsch rum. Und rammt mir in die Karre. Und dann schießt der Typ an mir vorbei. Das zum Kotzen ist das. So krieg ich nie meine 20-Sieger-Dinger. Hier, wie viele habe ich? Fünf... Neun Stück! Ich habe neun Stück erst auf meiner Strichliste. 20 Mal muss mein Erster werden. Verfluchte Scheiße! Schmeiden raus! Dann kann er nächste Woche auf jeden Fall, immer wenn wir streamen, dabei sein. Und das ist schließlich... Hey, Zobel! Du Lump! Du glaubst wohl, weil du mich hier bezahlst? Hast du fast gesagt? Kannst du mir in die Seite lunzen oder was? Da kommt der und schiebt mich einfach von der Straße, ne? Einfach so hat er es gemacht. Einfach so! Das heißt, ich würde ihn gerne zu ihm fahren, ihn begrüßen und ihm die Hand schütteln, weil das ist vollkommen in Ordnung. Was? Hier kann man ruhig mal in die Seite fahren. Dass du von deiner abgehobenen Position wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommst, dass du auch immer ein Mensch bist. Du willst mir also die Flügel brechen, sozusagen. So sieht's aus. Weil grundsätzlich im Internet ist es so, man muss auf Leute, die irgendwas erreicht haben, durch die Leute dauernd sagen und sie schlecht regeln. Hier ist doch so eine billige Kopie von Ryan Lunzen. Aber... Alter! Und da waren noch... Hüttenwagen wäre auch da. Hüttenwagen wäre auch da. Hüttenwagen... Also, weißt du es? Oh, Lunzen! Was zur Hölle? Das ist ja fast schon wie eine Anmeldung von... Boah, der Stream ist zu Ende! Ren! Gut, das könnte vielleicht noch bei mir ein Problem sein. Mann, Buz! Hä? Was? Fahre ich das Auto? Fahre ich jetzt dieses Auto? Bin ich das Auto schon die ganze Zeit gefahren? Habe ich gerade mein Auto gewechselt im Flug? Was? Du hast die Heckklappe verloren, Sascha. Das ist alles. Das ist alles? Das ist für mich ein komplett neues Auto jetzt hier! Ich versteh das gar nicht! Hä? Echt, damit bin ich losgefahren? Ja, ich muss auf jeden Fall... Jetzt weiß ich auch, warum du keine Freunde hast. Jetzt weißt du, warum ich grundsätzlich wieder nachfahren kriege. Die sind halt immer die Schwächeren. Die Schwächeren muss man halt gehen, ne? Ah! Nein! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! 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 Uhuhu! Ah, wahrscheinlich lohnt es sich auch gar nicht, weil es schon so lange mittlerweile ist bei denen. Ist wahrscheinlich mittlerweile alles in Ordnung. Oh, habt ihr das gesehen? Voll geil Was für ein Purzelbaum Und ich hab das nicht aufgenommen So eine Scheiße Arena, Ariane oder was Das war der geilste Stunt ever Kann das mal einer klippen oder was? Oh, doppelte Rittberger Ja, toll Hättest du dich nicht zurückgesetzt Hättest es vielleicht jetzt diesmal geklappt Nein, was drückst du denn, du Vollidiot Da, jetzt nicht drücken Oder geht das automatisch Mach das wahrscheinlich gar nicht Geht wahrscheinlich automatisch, ne? Der hängt irgendwie in so einer Schleife drin Naja, jetzt geht dein Wohnmobil Ja, jetzt steht er doch Na bitte Victor kommt und hilft dir Das hat aber billig lange gedauert Braucht jetzt gar nicht mehr mitfahren Erstmal sechs Runden Rückstand Aber wir fahren nur sechs Ah, siehste Das ist eine schöne Stadt eigentlich Oh, bitte Das kann doch nicht Da kommt ihr angeflogen Rein und snout im Himmel Und macht mich tot oder was? Was? Der kommt als Flugzeug an Und macht mich tot Kann das mal einer klippen? Nein, die bin ich weg Okay, dann setz doch mal ein Rennen aus Fahren ist... Ah! Wo bist du denn hingeflogen? Alter, und tot! Wo bist du denn hingeflogen, Alter? Ach, die... Noob Gamer, du Sackgesicht! Jetzt hat er mich auf die Art auch noch gekriegt hier kurz vor Ziel Wo kommt ihr eigentlich her mit seiner Karre? Er kann doch nicht wahrsteigen Geht der Deko 360 auf... Hallo! Ich hab meinen Sonntag bloß überwunden Und dachte, ich guck mal, wie ihr zwei so versagt Dann kann ich ja jetzt... Ja, genau Dann kann ich ja jetzt... Dann kann ich ja jetzt aufhören zu streamen und komm runter, ne? Ne, ich glaube nicht Nicht? Weil, wo du jetzt versagt ist eigentlich egal Lass mich in Ruhe, ich bin mit meinem Locus unterwegs! Wehe, ihr macht mich tot! Das ist aber was los! Nein! Ich bin tot! Was? Alter, dich... Alter Ich knüpfe ich mir nächstes Rennen vor, das weißt du, ja? Das hat schon wieder klappt Hey Sascha! Bist du jetzt tot? Nein, ich hab ein Leben noch! Warte mal! Warte mal! Nein! Warte mal! Ja! 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 Komm her, ich mach noch ein bisschen Leichen-Cendo Und er dreht sich! Und er dreht sich! Und er dreht sich! Und er dreht sich nicht mehr! Jetzt ist langweilig!